Hier, lass sie mich anmachen. Soll ich dir helfen? Was? Soll ich dir helfen? Ja. Bei der Jugend bis 56 Kilogramm, das ist die Altersklasse 16 bis 18 Jahren. Hier ist die Kampfzeit drei Runden, ah, drei Minuten. Hier stehen sich gegenüber, in der roten Ecke, Ivan Sakharikov, Kaliningrad, Moskau und der Sportfreund für Berlin, Batu Kaskun. Ringfrei, Runde 1. régst rüber gehen. Danke einfach. Herr Drausen! Rüste Aufgehen! Claudia! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.